Hallo meine Lieben, mir ist zu Ohren gekommen, dass ich doch noch ein Flachwitze-Video machen könnte. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und deswegen, let's go, viel Spaß dabei. Danke auch für das riesengroße Interesse an den vorherigen Videos. Postbeamte, dieser Brief ist zu schwer, sie brauchen noch eine Briefmarke. Äh, aber dann wird der Brief ja noch schwerer. Egal wie gut es dir geht, Bill Gates besser. Egal wie viel Fisch du isst, Helene isst Fischer. Egal wie viel Lärm du machst, Niki isst lauter. Wie nennt man einen Mann, der Schafe schlägt? Mähdrescher. Was hat sechs Beine und kann fliegen? Drei Vögel. Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? Habe ein Praktikum bei ZDF gemacht. Es reicht fürs Erste. Könnte ein kalter Krieg die globale Erwärmung aufhalten? Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Was fliegt durch die Luft und macht muß, muß, muß? Eine Biene im Rückwärtsgang. Was sagt der eine dünn Pfiff zum anderen? Du, das läuft ja flüssig. Ein Mathematiker springt aus dem Fenster und fliegt nach oben. Was ist passiert? Ein Vorzeichenfehler. Wie nennt man einen studierten Bauern? Einen Acker-Demiker. Wie nennt man intelligentes Gemüse? Eine Schlaubergine. Herr Doktor, ich liege im Sterben. Dann stehen Sie doch bitte auf. Mein Arzt hat mir Wechselbäder verschrieben. Ich habe jetzt das dritte Bad eingebaut. So langsam geht mir das Geld aus. Warum findet der Henker nie den Rückweg? Weil er nur die Hinrichtung kennt. Mann zum Metzger. Ich hätte gerne Stierhoden. Der erwidert, ich auch. Warum klaute Robin Hood Deo? Er wollte es unter den Armen verteilen. Frau, ist du wild? Mann, nein, ich lasse es ruhig angehen. Ich habe neulich einen Mikrobiologen getroffen. Er war größer, als ich dachte. Warum haben Pinguine so viele Weibchen? Sie wissen, wie man das Eis bricht. Warum war der Frosch so nervig? Er ist ein Stör. Polizist hält einen betrunkenen Autofahrer an. Haben Sie was getrunken? Fahrer säuselt, angeschwubst. Nur Tee. Polizist, dann haben Sie bestimmt 1,0 Kamille. Warum bauen Gärtner so viele Unfälle? Sie wollen die ganze Zeit rasen. Warum hört der Patient so schlecht? Er nahm die Pillen nicht oral, sondern oral. Welche Berufsgruppe ist am meisten? Boxer. Die hauen nämlich richtig rein. Hallo Frau Müller, wie geht es Ihnen? Frau Müller, ganz gut. Arzt, der Nächste, bitte. Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Hier, nehmen Sie den Schnuller. Irgendjemand hat gepupst. Ich mach mal das Fenster auf. Das waren die letzten Worte auf der Raumstation. Ein Schneemann zum anderen. Lustig, ich rieche auch Karotten. Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Sagt der Sohn, ich heiße Paul. Meine Freundin flüsterte mir ins Ohr ausziehen. Das habe ich dann sofort gemacht. Leider wollte sie, dass ich aus der Wohnung ausziehe. Meine Frau hatte mich gebeten, Tomatensauce auf die Einkaufsliste zu setzen. Jetzt kann ich sie aber nicht mehr lesen. Fliegen zwei Luftballons durch die Wüste. Sagt der eine zum anderen, pass auf, da ist ein Peng. Haben Sie Angst vor Asiaten? Ja. Panisch. Wo sind Elefanten heimisch? In Rüsselsheim. Wer hat diese hässliche Fratze an die Wand gemalt? Du Schatz, das ist der Spiegel. Der Busfahrer. Möchten Sie sich nicht setzen? Der Mann, nein, ich habe es eilig. Ein Mann fragt eine Frau. Hört der Hund auf Sie? Sagt die Frau, nein, wir sind per Du. Meine Frau sagt häufig zu mir, du hängst. Gestern zum Beispiel. Du hängst. Nur noch auf der Couch rum. Zwei Fliegen sitzen auf einem Hundehaufen. Fragt die eine, soll ich dir einen Witz erzählen? Darauf die andere, aber bitte nichts Ekliges, ich esse gerade. Polizeikontrolle. Haben Sie Restalkohol? Nö, alles ausgetrunken. Polizei, okay, wir machen jetzt einen Drogentest. Ich, okay, aber LSD nämlich nicht. Was sollte man in Indien besser nicht sagen? Die Toiletten befinden sich am Ende des Ganges. Wie gehen U-Boote unter am Tag der offenen Tür? Durch welche Tiere kann man erfahren, wie spät es ist? Die Urzeitkrebse. Ich wollte einen Witz über Gedächtnisverlust machen. Oder? Du, Herbert, weshalb sagst du zu deiner Ehefrau immer Mäuschen? Weil sie mir immer am Portemonnaie rumknabbert. Was ist gefährlich? Niesen bei Durchfall. Wie, eine Sechs in Deutsch? Hab doch geübt mit Du. Mami, ich bin ein gewolltes Kind. Das Einzige, was ich wollte, war meine Schuhe zu binden. Eine Dame am Bahnhof. Sie meinte, für 30 macht sie alles. Jetzt rate mal, wer bei mir heute Laminat verlegt hat. Hans, was hast du dir nun dabei gedacht? Aber warum, Vögel auf eurer Hochzeit freizulassen, ist doch romantisch. Ja, Hans, aber doch nicht Strauße. Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie dann? Nirgendwo, die gehen ja noch. Frach der eine, wo ist eigentlich dein Iglo? Der andere, oh nein, ich hab das Bügeleisen angelassen. Herr Doktor, ich glaub, ich hab nen Knoten in der Brust. Der Arzt, ja, wer macht denn sowas? Meine Frau wollte heute über mein kindliches Verhalten sprechen. Tja, aber ohne Passwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Wieso legen Hühner Eier? Naja, beim Schmeißen gehen sie kaputt. Was hat eine Hose und ein Flugzeug gemeinsam? Im Notfall muss beides runter. Doktor, ich vergesse immer alles. Seit wann haben Sie das? Seit wann hab ich was? Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Was kommt nach Elch? Zwölch. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder reingegangen. Was versteht man unter einer Turbine? Nichts. Viel zu laut. Übrigens, ich habe ein Blatt gelocht. Aber das war nur am Rande. Steht ein Baum alleine im Wald. Sitzt einer im Stehcafé. Wie heißt der Schutzpatron der Vergesslichen? Dings. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Wollte Spiderman anrufen, aber der hatte kein Netz. Wenn sich Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich belegt? Das Mathebuch ist der einzige Ort, wo es normal ist, 53 Melonen zu kaufen. Ich stecke gerade in einer Prädouille. Wie schön, Frankreich. Was sagt ein Polizist mit sächsischem Dialekt? Ägyptisch oder ich schieße. Lieblingsspeise von Piraten. Kapern. Jemand, der so tut, als würde er was werfen. Scheinwerfer. Wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Welche Schuhe tragen Bildredakteure? Skandalen. Was trinkt ein Mann vor dem Sex? Einen Kaffee Latte. Was steht auf dem Grabstein einer Jungfrau? Ungeöffnet zurück. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Wie nennt man einen Delfinenunterhose? Slipper. Wo schwimmen Nazi-Fische? Im dritten Teich. Was ist Trumps Lieblingstier? Das Trumpeltier. Wo schlafen Fische? Im Flussbett. Was ist schwerer als ein Bagger? Zwei Bagger. Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Eine Gürke. Womit fahren Pandas zur Arbeit? Mit dem Bambus. Was hat nur ein Ohr? Ein Einhorn. Was für Klamotten trug Moses? Mehrteile. Was essen Informatiker zum Frühstück? Kabelsalat. Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Warum nörgelt die Babynatte? Ihr ist schlangweilig. Was machen Kühe beim Schulausflug? Sie gehen ins Museum. Magst du Chemiewitze? Chlor. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. Was macht ein Mathe-Genie auf dem Klo? Pipi. Ein Fisch beim Friseur. Ich hab Schuppen. Was machen Tiere in einer Disco? Diskutieren. Erblickt der Pirat trockenes Gras. Ahoi. Dein Hund bellt aber echt tief. Ja, ist ein Zapfwuffer. Meine Uhr ist runtergefallen. Dann heb sie doch auf. Äh, geht nicht. Ich habe kein Urheberrecht. Welches Werkzeug hat immer gute Ideen? Der Vorschlaghammer.